Schnellbärlen! Ach, und Hunger haben wir auch! Deshalb kann ich nicht mehr laufen! Ach, da haben wir schonmal einer der seltenen Baumkühe! Die werden wir uns dann gleich holen! Weg! 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 Und weg! So, so ist er weg! Ach, Zaunteure! Habe ich ja jetzt vergessen! Geht sich das so aus? Jawohl! Jawohl! Dann machen wir hier eins und, keine Ahnung, hier wo eins! Dann haben wir mehrere Ausgangsmöglichkeiten! Ich weiß, die Kühe sich wieder da genau beim Tor sammeln! So! Den heben wir mal auf, den brauchen wir später ja eh wieder! Habe ich wenigstens noch irgendein Zaundrohr da? Nein, auch nicht! Machen wir da auch gleich zwei! Das Zeug brauchen wir! Oh! Jetzt ist sie ausgewachsen! Ja! Jetzt finden wir leider einen Fisch! Aber gute Nacht, Maul! Ja, Mau! Ich höre euch ja! Ihr bekommt bald was zu essen! So, dann dort mal was reinmachen! Ja, ganz genau so wollte ich das hierher haben! Okay! Da hinten steht auch eine rum! Da steht noch eine! Habt ihr hier noch? Werden versteckt? Nein! Vorne vielleicht! Niemand? Da! Du kannst dich nicht verstecken von mir! Das wären schon mal drei! Da vorne haben wir ja noch die Baumkuh! Ach, weiß das! Ich bring euch mal hierher! Komm Kuh! Hallo! Ja! Jetzt guckst du blöd! Nein! So, dann fädelt euch mal ein hier! Ja, ja, ja! Schönen Gänsemarsch! Dann du! Dann du! Und du! Mach mir mal ein kleines! Und du! Ach, Baumkuh! Was? Fahle ich hier einfach rum! Runter! Ja! 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 Dann plan D! K. K. Böde K. Hallo! Da, guck mal. Ja, das da. Magst du das? Gut. Magst du? Springe auf, springe auf, springe auf. Sehr schön. Wer hat hier... Sehr... Hallo? Ah, denke ich mir. Ja, die will ich. Okay. So, das waren mal vier. Hier laufen doch noch viel mehr rum. Da hinten ist noch eine. Und gleich noch drei. Sehr gut. Da drüben auch noch mehrere. Kommt nur mit. Ich nehme jetzt noch euch drei da. Ja. Da hinten auch noch mal zwei. Die kommt, ey. Kommt. Ist wieder so eine Baumkuh. Was haben die Tiere denn nur mit den Bäumen? Da hinten werden auch noch ein paar. Na gut, dann schwimme ich mal rückwärts. Ah, da sehe ich auch eine. Nicht runtergehen. Kühe... Ich habe was Leckeres. Na ja, euch sammle ich schon wieder ein. Du, du, du. Kommt mit. Ja, kommt mit. Hallo. Ich habe drei Freunde für euch. Ja, schön brav mitkommen. Kommt nur, kommt nur, kommt nur. Wir brauchen dann eh ziemlich viel Leder. Das Ganze mal zwei. Also brauchen wir mal mindestens 24 Bücherregale. Was ist mit dir? Außenseiter-Kuh. Mitkommen. Ich glaube, 24 sind es, oder? Da drei, da drei, da drei. Sind neun. Zehn, elf. Oh, brauchen wir glaube ich sogar nur 22. Hallo? Brauchst du eine extra Entladung? Jetzt komm. Schön folgen. Dann gehen wir halt auf Schleichgang. Dass wir denen nicht erfahren laufen. Sonst stehen wir ja nächste Woche noch hier. Und du? Guck nicht so. Und schön raus, da alle. Brav so. Alle hier. Gut. Dich nehme ich auch mit. Da drin wäre noch eine. Ach, ein paar sollen hier draußen noch leben. Sonst wirkt das Ganze dann immer so tierleer. Wenn man alles weg macht. Wo war denn das jetzt? Ich glaube, ich glaube falsch. Kommt, meine herre. Kommt. Ach, da sind wir ja schon. Wir haben es ja gleich geschafft. Äh. Nicht in die Kamera laufen. Wir sind noch alle dabei. Sieht so aus, oder? Ja. Und jetzt rein da. Nein, rein 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 rein. So. Du und 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 du. So, jetzt müsst ihr eins überbleiben. Ich hab ne ungerade Zahl eingesteckt gehabt. Wo ist meine Erfahrung? Ne, du willst doch noch einen Partner. So, findet euch. Da ist sie. Okay, ich würd sagen... Kann man so lassen, vorerst. Den Schafen geht auch gut. Da hinten ja noch eine Kuh. Aber das passt schon so an. So. Jetzt brauch ich das da. Da. Und ja. Und gleich mal die Hühner da bissl vermehren auch. Und passt, sind noch alle da. Niemand ist ersoffen. So, ist da noch wo eins? Hab ich dich schon? Ne, passt schon. Sechs Hühner waren's. Sechs Seed hab ich verbraucht. Okay, ich glaub das ist ein... Auf... Och, geh weg. Diesen Aufstieg hier muss ich irgendwie noch ein bissl... Optimieren. Gibt es ja noch Erfahrung, Homo? Ne. Kommt mal hier rüber und schwimmt da nicht am Ausgang rum. Schauen wir uns das Ganze mal an. Dür... Ob... Dürfte ja nicht so von unten drin liegen. Oh! Okay. Ich hätte eher jetzt so mit 10 gerechnet. Aber, das ist natürlich auch nicht schlecht. Noch mal wieder zwei Junge mehr. Hoppala. Ja, steht da nicht im Weg rum. Sehr schön. Haben wir noch euch? Nein. Und weg gehen wir wieder. So, jetzt haben wir Kühe haben wir. Schafe haben wir schon. Irgendwie leckt das hier ein bissl. Dabei haben wir noch gar nicht so viele Tiere. Ich glaub vor der nächsten Aufnahme muss ich ein bissl das Minecraft optimieren. Na ihr zwei Stüßen. Guckt euch an. So. Schauen wir gleich mal. Okay. So. 45 Minuten. Ich wollte heute nur eine Stunde aufnehmen. Bis ich dann ein besseres Renderprogramm hab. Möchte ich jetzt immer kürzere Aufnahmen machen. So. Ja. Schauen wir gleich mal. Was steht hier noch so auf meiner Liste? Gut. Kühe haben wir. Katzenhammer. Ich will das haben. Oh. Da ist ja das noch drin. Ja. Wo gebe ich dich denn jetzt hin? Du kommst einfach hier rein. Ja. Dann, dann, dann würde ich sagen. Lager bräuchten wir ja auch dann. Ein kleines Lager. Ja. Die Frage. Wo will ich das hin haben? Und am Haus wäre natürlich auch nicht so schlecht. Will ich dann den Eingang im Haus haben oder außerhalb? Dann mache ich das besser außerhalb. Aber wo machen wir dann den Eingang? Fragen über Fragen. Fragen über Fragen. So. So. Hopp. Kann man mal den ganzen Kaktus jetzt hier so weg machen. Da haben wir jetzt schon mal mehr ist genug. W nightmares kann man den Eingang im Hausern g убcado? W importa. W